So, in Hard 4. Los geht's. Oh, das ist Tag 5, ne? Nice, Tag Nice ist schon mal 5. Tag Nice ist schon mal 5. Entschuldigung. Geile, geile Versprecher. Tag Nice ist schon mal 5, Jungs. Ja, Damage und so ist jetzt nicht so toll, aber Tag 5 ist schon mal echt nice. Ein Tag Nice. So gedacht, da gibt's wirklich sowas, was so heißt. Und Slow Bite ist auch nice. Spider Bite, Slow Effect, Slow Bite nenne ich das Ganze. Okay. Gibt mir Hearts, danke. Oh, das ist ein schöner Start. Der gefällt mir gut. Ich hab mich mit Naro... Wart. Mal nur via Song Request unterhalten. Echt. Scheiße, also alle Leute gibt's. Bei mir im Chat. Wenn, dann ist mir das nicht aufgefallen. Ey, ihr habt halt auch die massiven Punkte, ne, am Start. Und ihr nutzt das halt auch aus, ne? Aber ist ja vollkommen in Ordnung. Bei mir echt, ist mir null aufgefallen. Geil. Da siehst du mal, wie konzentriert ich bin, ne? So, erste Ebene. Bei mir ist es immer so, für die Neuen, die hier sind. Erste Ebene wird natürlich immer so ab... Oder es wird immer so lange gefarmt, bis man genug hat. Und sich recht sicher sein kann, den Run zu gewinnen. Und dann geht's weiter. Ja. Ich slow halt mit dem Tag 5 jetzt schon alles zu Tode, ne? Das ist halt schon... Wie sagt man? End nice. Das ist übel geil. Gefällt mir. Slow Bite war echt ein gutes Item. Für Tag 5. Aber Oseg zieht natürlich direkt mit. Kann wir haben... Vielleicht gibt's was für günstigt. Ja, ne Karte. Okay. Brauchen wir doch gleich mal. Strength. Nice. Kvumu kenn ich auch nicht. Oh, guck mal, wie das abgeht, wenn du ein bisschen Damage hast. Ist das geil. Okay, das ist kein Damage. Warten, du must. Schreibt, man muss nicht mit 2s im Deutschen. Mir gerade mal so aufgefallen. Nö, eigentlich nicht. Aber doch, als Nicht-Subscriber kann sein. Bin mir nicht sicher. Ja. dann warten ich werde Nein, das wollte ich gar nicht machen Oh, Glück gehabt Instinktiv einfach drüber gelatscht Gottes Willen Wenn das jetzt Tiny Planet gewesen wäre Naja gut, mit dem Laser wäre es nicht so schlimm gewesen Kann man auch irgendwo auf die aktuelle Nein, kann man leider nicht Ich habe noch keine Option gefunden mit dem Ankh-Bot, dass das geht Bei Night-Bot ging das Ankh-Bot leider nein Hätte ich auch sehr gerne Muss mal gucken Ich habe mich aber auch noch nicht drüber gekümmert ob es funktioniert Ich habe nur mal grob drüber geguckt Nice Kano, können wir auch nehmen Warum willst du denn Bacano? Kann die Bacano sein Der macht ja zweimal, shit Oh 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 perfekt kommen wir dann auch noch oder kopf will er ist mir lieber als das ja ja bubu neue farbe du hattest immer rot oder also bei mir war es schon immer rot grün ja das kann auch sein nicht darauf geachtet das ist auch schon was länger kohle würde ich jetzt auch feiern mit dem laser also politisch gesehen dasselang mit braun bist oder dunkles braun ist alles in ordnung ja Ouhh! 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 Ich magtafel 5 Ich bin jetzt mal weg. da gehe ich jetzt zum boss wenn ich hundert prozent der will chance hätte auf der ebene ja aber so gehe ich jetzt mal zum boss das ist eben eine 3 sie haben wir schon zwei für drei kann man mal machen der ist bullshit drei rote nein so shop will ich natürlich auch noch okay ich glaube sogar einer von den follower heute war follower nur 700 ne es muss aber wir haben gut damage yes okay nice wenn keine follower abgesprungen sind seit gestern oder vorgestern ich habe noch gar nicht geguckt gehabt die bones da die nehmen wir mit die bones sind schon cool crimson sunbird sehr geiler musikgeschmack großer turbo negro fan seit apokalypse dudes oh voll reingerannt für mich auch so eine übersicke cd damals so großartig ich kenne so ein herzbuch noch ist hier auch noch der super geheimraum wäre geil nein okay stimmt wir furzen ja die ganze zeit weil wir dieses trinket haben ne dankeschön ich habe die durch meine früheren anleiter kennengelernt deshalb mit schallblenden cds bin auch mal was sehr geil ja platten da war ich nie so das furzen ist kacke ich nehme das hier mit platten war ich nicht so ich hatte auch irgendwie 20 30 platten oder so also äh vinyl aber but mobile man was denn palpetein wer ist denn imperator palpetein ach hier jetzt check ich was du meinst ja sieht so aus ne all right champ ja du bist ein bisschen zu spät heute aber das macht ja auch nix ich habe jetzt einen run jetzt gemacht ich habe auch später angefangen also kein problem aber wahrscheinlich gibt es nur noch den run mal gucken außer der geht jetzt fix da muss aber noch ein bisschen was passieren ihr kennt ja meine runs ne sind ja meistens so ungefähr eine stunde aber da muss schon viel passieren dass meine runs nicht eine stunde gehen in streaks zumindest ansonsten nicht aber wenn ich streake dann schon oh god was mache ich denn gott ich bin voll reingerannt okay ich muss aufpassen mit meinem herzchen ja auch schon okay ne okay ein stemmen steam sale leider gut geld für den nächsten shop sind wir eigentlich kf2 okay wir kriegen noch zwei shops das passt kann der mensch mit euch stacheln auch cool du blutest doch schon geht super mucke erst mal kille einfach hallo leute er wollte mir zeigen wir wie er sich mal hier unterhalten hat im chat das war dann hallo leute er hat so denn die konversation angefangen gerade eben mit hallo leute und drücke ich eigentlich mein buch naja krampus eh ne also so klar ich muss den schüttchen damit er wegkriegen ja 4 factory auch großartig auch 90er jahre doch ich will eigentlich ein anderes space item noch dann lassen wir das mal liegen muss ich ehrlich sagen habe ich nicht so viele gehört für factory hatte ich auch keine cd keine schaltplatte will dann irgendwann in die nyhc hardcore-szene abgetrifftet auch eine schöne zeit und dann irgendwie doch wieder ein bisschen auf den etwas softeren frank rock zu gefallen frank frank rock du warst schon ein bisschen heftiger was gehört aber heute ist es recht entspannt mit dem alter kommt da hätte mich fast getroffen da unten oh nice jetzt gibt mir damage hat schon tot geil ja 90er habe ich ja perfekt ok hallo leute wir haben eine kleine chance auf dem däpple deal kleine schön kohle ins auge gespritzt nice ich bin super schnell na es wird die tastatur schon fast wieder zu schnell die hasse ich auch natürlich war das der letzte shop natürlich war das der letzte shop und wir haben wieder gar nichts davon rolle wurst ok dahinten will ich jetzt nicht unbedingt rein so viele herzen habe ich nicht mehr oh gott ich hasse sowas aber warum ich kann da hinten eh nicht rein ne ich glaube ich habe zwei rote herzen ich komme da eh nicht rein aber ich muss es machen sonst komme ich auch nicht mehr raus oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott x stein kiste oh gott herzen werden mir lieber wesentlich lieber oh gott oh gott haben die sie zusammen da durchgedrückt sah ja süß aus okay naja vielleicht müssen wir gar nicht mehr zurück naja vielleicht müssen wir gar nicht mehr zurück abonso 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 okay was das denn ach das hat ach das war eine verarsche der knopf hat gar nicht gezählt wie geil ist das denn bitte ich hab gedacht ich muss den knopf drücken um den raum zu öffnen aber der raum war schon offen ne geil geil verarsche auch noch nie gesehen den raum das ist mami ne ja okay mit dem dings haben wir sieben damage plus den laser das ist schon in Ordnung oh das war schlecht fuck man ich hab sehr wenig leben nice da muss ich mitnehmen ne da muss ich mitnehmen oh das ist ein dicker ich hab ihn gesehen ich hab so ein dicken äh dings hier gesehen wie geil ist das denn bitte das zweite mal dass ich so ein selbst so ein so ein ganz dicken stein der zwei braucht gesehen habe die ganz selten sind die ja also langsam ist mein Auge ein bisschen geschult außerdem wooms da seh ich es eh nicht da seh ich gar nix naja das lohnt sich nicht das ist okay Das war's für heute. Das war's für heute. YouTube geht leider nicht weit. Mach mein Ankbot nicht mit. Beziehungsweise der Ankbot schon, aber YouTube ist auch geil. YouTube macht nicht mit, dass ich YouTube Links zeigen darf. Hiya, Bubu. Achso, IsaacsLamp. Hi. Willkommen. Grüß dich. Ich weiß nicht, was ich reinschaue, ich immer so spät reinschaue. Das ist, wie es ist. Kann keiner ändern, ne? Braucht sich nicht dafür entschuldigen. Oh, da hinten kommt noch so ein kleiner. Das ist doch schon ein Ende. Oh, da hinten kommt noch so ein kleiner. Ist auch gerne mal der Raum. Ja. Nice. Perfekt. Obwohl, wir sind Booms 2, ne? Ah, ne, Booms 1. Okay, dann ist cool. Das ist auch. Das ist den, das Boss gemacht haben, ne? Okay, er kann springen. Oh, noch ein App hier. Optimal. Optimalfall. Und dann Brimstone, ne? Brimstone und The Pact oder so für eins. Slipknot ist mir jetzt, ist auch okay, aber der ist mir schon ein bisschen zu crazy, muss ich sagen. Oh, das war dumm. Aber vollkommen in Ordnung. Also kein Song, den ich wegmachen werde oder so. Und das mache ich denn? Warum habe ich da eine Bombe hingelegt? Kann mir das mal einer sagen? Okay. 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 OMG. Nein. Ich sag ja, scheiße, ne? Der hat mich nochmal getroffen. Oh Gott, das wird zu bang. Oh, danke. Okay. Volle Konzentration jetzt. Bestimmt hole ich mir diese Säcke. Ganz bestimmt. Okay. Das war's. Ah fuck, Arschlochraum. Letzraum. Wahrscheinlich das Boss, damit der Zeit schindet. Das Problem ist es nämlich, ich würde ja gerne jetzt... Ah, das ist kacke. Mir bringt das jetzt gar nichts, dass ich zwei Herzen habe. Oh Gott, werde ich da reingesaugt? Nee, ne? Gut. Das ist crazy eng. Ja, Arsch könnte vergessen. Warum nicht den Sack? Welchen Sack? Weil dich da schräg durch musst du durch diese Stacheln. Oder mit den Bomben raus machen. Jetzt wird's super eng. Ich hab zwei Herzen. Ein rotes und ein blaues, ne? Wisst ihr Bescheid. Dann kann ich aber das hier nehmen für... Dann kann ich die Pillen nehmen. Range down, toll. Gefestet. Off. Puberty. Puberty. Was war das denn? Was denn? Ah! MC Wessel gibt keine zwei schwarzen Herzen, oder? Dann hätte ich es mitnehmen sollen. Naja, gut. Oh oh. So viel dazu eins noch, ne? Oh. Ich bin tot. Oh,idarbetter. Ich bin tot. Okay, das war die Streak, ne? Was willst du machen? Scheiße, Mann. Gottes Willen. Eigentlich easy der Run, ne? Eigentlich echt easy. Habe ich selbst verkackt. Ich war mir die ganze Zeit eigentlich durchgehend sicher, dass ich das schaffen werde. Und dann sowas. Aber GG, nein, nicht GG. Das ist Blödsinn. Zum Glück früh gestorben, richtig. Was meinst du, in der Streak? Ja, das hilft ja auch nicht weiter, ne?